Hallo liebe Freunde, gestern haben wir zusammen Sport gemacht und ich habe ein bisschen Muskelkater, aber heute habe ich entschieden ein bisschen Joggen zu gehen. Das ist eine Art Motivation auch für euch Coach Potatoes. Jetzt ist es Zeit zur Bewegung. Schaut mal, ich bin ein bisschen sportlich, so sieht auch ein sportlicher aus. Also so muss ich immer stehen. Das ist ein sportlicher Look und ich fühle mich richtig motiviert, ich fühle mich richtig wohl und wir haben keine Zeit zu verschwinden. Also Leute, bewegt eure Arsch und let's go. Hopp, 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 hopp. Das ist ein Aufzug. Die Zeiten, wo ich Aufzüge genommen habe, sind vorbei. Jetzt treten wir. Also, kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Sorry Leute, ich glaube, ich habe mich verletzt, also zu viel Motivation ist auch nicht gut, ich glaube, ich gehe wieder oben, jetzt läuft bestimmt mein Lieblingsserien, wir sehen uns morgen. Ich muss noch einen kleinen Eintag aufbauen, okay, tschüss Leute, tschüss.